Jan war nicht normal, aber es heißt schon mal... Zwischen Jan Wille und Thomas, wir fängten zurück. Jan Wille in Rot und der Thomas, wir fängten zurück in Lauf. Wir fängten auf fünf Sieben Treffer, neun Treffer ab. Ich wünsche euch viel Spaß. 1-0, kämpft! Stopp! 1-0, kämpft! Stopp! Stopp! 1-0, kämpft! Bereit? Immer noch! 1-0, kämpft! Stopp! 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 Hallo! Proheben bei der Stich! Und Rot! Und Rot! Ich hab nur die Fahne geholfen. Und Rot! Ich hab nur die Fahne geholfen. Ich hab nur die Fahne geholfen. Von Rot! Ja! Von Rot! Ja! Kurz rum für Rot! 2-0, kämpft! Gib mal die Fahne geholfen. Sto! Das ist nicht schon so! Der blauen Platz nicht. Da hat's mich festgelegt. 2-1, kämpft! Stopp! Das war Rot. Ja, das war Rot. Sollte man hier mit Ihnen das volle Treffer sehen soll. Halber Treffer-Vorteil. Vorteil rot. Kippt! Go! Oh! Gut gesehen. Noch mal die Punkte brauchen. Das sind meine Beide. Kippt! Go! Drei, zwei, Kippt! 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 Ich habe den Stich, den habe ich abgewehrt und dann war es noch ein Stich, die Hörgung. Vier, zwei, Kippt! 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 Kippt!